Sonst platzen sie. Sie fliegen jetzt einfach. Ja, ich fliege wieder. Ich weiß. Ich fliege ja immer. Immer. Ja, natürlich. Dafür fahre ich ja auch immer. Und sie sagen mir, wo lang ich fliegen muss. Ja, da hinten. Sehen Sie doch. Ist doch markiert. Ach, rechts frei, links frei. Da gibt es wieder nicht hier. War das mit unserem anderen Heli? Weil der war auch schön. Ja. Lass doch stehen den anderen Heli. Ja, der steht ja da unten. An der Kuh. Ja, der die Kuh den Weg nimmt, ne? Aber schön sieht das hier aus, Leute. Guckt euch das an. Hier über so eine Schneise fliegen wir jetzt. Aber ich würde mich ja, jetzt mal ganz ehrlich, würde mich ja wahnsinnig freuen, wenn man doch auf die Idee kommen würde, bei Ubisoft und Wildlands 2 machen würde. Ja. Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Oh, da ist ein Feuer. Müssen wir das löschen? Nicht, dass der ganze Berg anfängt zu branden? Oh, da war ein Heli oder was ist das? Ja, irgendwie so. Ne, ich glaube, da haben wir nichts mit zu tun. Okay. Oh, das ist am Water. Und da sind auch ganz viele Eumels. Ja, ist doch nicht schlimm. Sie sagen mir, wo ich landen soll. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken. Ja, eigentlich scheißegal. Ich meine, das sind Gegner. So ist das nicht. Ich bin einfach mal runter hier. Oh, hier ist eine schöne Lichtung. Ja, da hinten, da, genau. Geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Und hier runter. Und zwar ein bisschen ein Stück vorwärts. Genau, runter. Ach, die... Sie machen erstmal Dröhnchen. Den einen werde ich schon mal... Und raus. So. Sie können... Da sind mehrere Röhre. Genau, markieren Sie die mal alle. Okay. Ja, ich sehe da noch mehr. Mit Sicherheit. Ja. Alles halb so schlimm eigentlich. Ja. Ja, hier. Der eine Tango, der hat eine Geisel. Ja. Der hat zwei Geiseln. Den könnte ich leise weg machen. Ja. Dann machen Sie das jetzt. Wenn Sie das möchten. Moment. Ich kann... Mach den weg. Ganz leise. Da ist noch einer, der könnte das sehen. Ja, warten Sie. Ich gucke mir das noch an. Könnte den mit einem gezielten Schuss in den Kopf, könnte ich ihn da lösen. Ja, nur der andere darf ihn nicht sehen. Ja, ja. Ich sehe das gerade. Ich kann auch versuchen, den leise zu holen. Ja. Das wäre vielleicht eher eine Maßnahme. Ich versuche das mal. Ob ich ganz leise... Ich weiß nicht, wie war der Nahkampf? Ich habe das schon wieder vergessen. Ehe, glaube ich, mit greifen. Warten Sie. Der steht gerade. Der hat die Hände hinterm Rücken. Oh, jetzt kommt der andere wieder. Das ist nicht gut. Ich könnte ihn erschießen. Ich habe... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Noch nicht. Ich muss den im Auge behalten. Ich versuche den zu greifen. Ich habe ihn. Ja. Oh, das wirkt. Ich habe den anderen. Okay, super. So, ich kann ihn niederschlagen. Den haue ich jetzt hier ein vor die Rübe. Ja. Sehr schön. Und ich erschieß ihn auch sofort. Oh, leise. Ja, natürlich. Mach das mit der Pistole. Ich habe keinen Bock, dass der wach wird. Das sieht aber schön aus hier. Da muss ich ganz ehrlich gestanden. Ist erschossen. Jawohl. Zwei Stück noch? Ja. Drei eigentlich. Können wir die drei hier befreien, die beiden? Ja, ich versuche mal. Warte mal, ich stecke mal meine Waffe weg. Versuche mal, ob du die frei machen kannst. Nee, aber ihr könnt gehen. Ihr könnt euch... Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt die Typen am Heli. Ja. Ich folge ihn. Einen sehe ich. Ja, ich sehe den auch. Ich gehe links. Du gehst links. Okay, dann gehe ich rechts. Wenn ich den linken kriege, mache ich ihn weg. Ja. Ich versuche den... Mach du den linken weg und ich gucke... Ja, Moment. Ich schleiche mich an den anderen ran. Ausgeschaltet. Ja, hat er etwas mitgekriegt? Oder hat er nichts mitgekriegt? Nee, die kriegen beide nichts mit. Du nimmst den rechten, ich nehme den linken? Nee, ich nehme den linken. Nee, kann nicht. Warum sagst du denn nicht, dass es F ist? Ach, Flock. Habe ich dir gerade gesagt? Und wenn ich dir sage, ich nehme den linken? Ja, ich nehme den linken. Ja, war noch zwei. Ja. So, aber ist erledigt. Aber sie haben auch nicht mich korrigiert. Ich habe gesagt, es ist E. Sie hätten sagen müssen, es ist F. Das ist mir scheißegal. Okay, dann holen wir uns die Waffenkiste. Die stehen scheißegal. Das ist E. Es ist S. Es ist mir Latte. Ja, das ist schön, dass du die siehst. Aber ich möchte sie auch haben. Komm hier nicht rein. Das könnte interessant werden, ja. Komm nicht rein. Ah doch, warten Sie mal. Treten Sie mal ein. Moin. Oh, da oben ist sie. Ja, da haben wir sie. Maschinenpistol-Schiene. China, nicht China. Ah, hier haben wir noch Medizin. Da können wir und dann die Drohne. Warten Sie, ich mache schon. Ich mache schon. Ich brauche das mit der Drohne. Warten Sie. Ach, 50. Bisschen licht. Hauen Sie doch mal ab, ey. Warum lachen Sie? Was soll denn das? Hier, holen Sie Ihren Nachschub hier. Was ist denn los? Habe ich doch schon versucht. Sie haben schon alles. Ja, ich habe es so gemacht. So, das haben wir auch erledigt. So, wir gucken mal auf die Karte. Genau. So, sonst noch irgendwas? Ja, der. Außerhalb, da ist das. Das ist ein anderes Gebiet. Da haben wir nichts mit zu tun. Ja, der Mörser, den wollen wir nicht machen. Jetzt läuft hier noch ein Nebeneinsatz. Medikamenten. Und da sind noch Mörser eins. Darum ist noch eine Zubehörkiste. Beim ganz oberen Teil. Starten wir den. Genau. Ja, ich meine, die können wir ja erstmal wegmachen. Und ich sehe noch, aber die sind in einem anderen Bereich, die wir schon mal freigemacht haben. Äh, Kingslayer-Dateien. Was ist denn mit dem Medikamententransport? Der wäre auch interessant. 2.500, wir müssen die Drohne aufbauen. Ja, habe ich markiert. Dann los. Ab in den Heli. Äh, Moment. Was haben sie markiert? Ab in den Heli. Den Transport habe ich markiert. Ich sehe das nicht. Komm jetzt. Ja. In den Heli. Los jetzt. Aber der ist nicht bewaffnet, der Heli. Doch, der ist bewaffnet. Achso, ich kann das ein Ding. Okay. Sie wissen ja, wie es geht. Der ist in 2,5 Kilometer, der bewegt sich, ja. Du musst dich nur davor setzen. Du beschießt auf jeden Fall erstmal die, die Begleitfahrzeuge, das ist wichtig. Und alles lang ist dann erstmal egal. Auch gucken Sie mal hier, der Fluss. Naja. Ich würde nämlich glatt sagen, wir kümmern uns zum Schluss um die, um die Hauptmissionen. Was sind das da unten? Wie da unten. Oh, und Unidat Feli, okay. Ich bin neugierig. Ja, neugierig ist das, ne? Manchmal ist neugierig tödlich. Ja, ja, ich weiß. Ich wese es doch jetzt. Wollte ich nur mal so erklären. 1,1? Jawohl. Ja, wie schön das aussieht hier. Könnte das hinter dem Berg sein? Äh, möglich. Mogli? Ist vollkommen möglich. Oh, ich seh' ich kann auch von hinten und dann bababababam. Ja, ja, das wär' ne gute Idee. Wichtig ist nur, dass du den triffst. Ja, schwierig. Weil ich seh' den, ich seh' kein Fadenkreuz gerade. Ich seh' Der LKW ist in der Mitte, ne? Das heißt, wenn du das Begleitfahrzeug, was hinter dem herfährst, schon mal wegmachst. Ja. Dahinter fährt ein Unidat. Das ist nicht gut. Ne, das ist gar nicht gut. Da fährt ein Unidat. Ja, aber begleite den erstmal. Ja. Vielleicht biecht der Unidat ja ab. Das wär' natürlich das Beste, ne? Wenn der abbiegen würde. Ja. Auf Unidat hab ich nicht viel Lust. Mann, andererseits, wenn du den wegschmetterst, aber dann ist... Ne, 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 ne. So viel schmettern können wir, glaub' ich, noch nicht. Ja, äh, an die Leute. Wir haben noch nicht die höchste Stufe. Das ist leider so. Sag mal, bauen die da unten die Bahnlinien noch? Sieht so aus, ne? Oh, ist die schon fertig? Ne, fertig ist doch gar nichts. So, was macht der Unidat? Der bleibt gleich stehen, oder? Ne, der fährt hinterher. Ne, der ist stehen geblieben. Du kannst, du kannst. Nein, der fährt noch. Jetzt fährt er wieder. Aber? Ach, scheiße, ja. Ich hoffe, dass der links abbiegt. Aber ich glaub', die biegen alle rechts ab. Liegs ab, okay. Warte mal. Rüber zur Brücke. Rechts zur Brücke rüber. Rechts zur Brücke. Ja. Weil der fährt da nämlich rüber jetzt gleich. Soll ich ihn dann auf der Brücke abballern, oder was? Ja, na, ja. Du musst ja jetzt gucken, dass du vor dem kommst. Achso, sie wollen wieder einen gezielten Schuss da drauf machen. Ja, eigentlich müssen wir erstmal das hintere Begleitfahrzeug wegmachen. Aber dann hauen die ab. Ja. Das heißt, du musst jetzt das vordere Dingsfahrzeug wegmachen. Wenn du das triffst. Das heißt, du kannst... Jetzt warte, bleib mal hier an der Kreuzung. Genau. Ja, so triffst du wahrscheinlich nichts. Ach, die sehen uns schon. Boah, da kannst du ja gar nicht schießen mit. Ja, das ist kacke. Hoch, hoch, hoch. Kann ich nicht mehr, oder? Doch, kann ich wieder. Ach, nein. Fliege doch einfach, Mann. Behalte ihn im Auge. Ich kann auch nicht rausschießen. Das ist das Problem. Wir hätten einen Heli nehmen müssen, der an den Seiten die Dinger hat. Aber an der Basis, ehrlich gesagt, wir haben hier den richtigen Heli, ne? Hm, ja, nee, 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 nicht Unidat. So, ich versuch mal da hinten irgendwo runter zu gehen. Dass wir vielleicht vor die kommen. Ja, das wär ganz gut. Dass du dann mit einem gezielten Kopfschuss die Fahrer und so. Sie sind ja da doch sehr gewandert drin. Ja, flieg ich mal weiter, weil die fahren ja. Flieg ich mal weiter. Und dann setz dich einfach auf die Straße. Ja, ich bin leider nicht viel schneller, ich bin leider nicht viel schneller wie die. Ja, leider. Da ist ne Brücke, wenn die da... Ich weiß aber nicht, ob die da rüberfahren. Ja, wir gucken mal. Ja, die überholen, die merken, dass die verfolgt werden. Ja, die fahren über die Brücke. Aber hier sind auch, geh ich nach. Ja, ich weiß. Da vorne ist ne Unidat-Basis. Du musst hier runter. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Aber das schaffst du nicht. Ja, wär schön, wenn du dich gedreht hättest. Wie soll ich die jetzt... Wie soll ich die jetzt schießen? Aussteigen und schießen. Ziel. Die fahren hier doch in der Karre. Mann, die fahren mich doch platt, ey. Mann. Das sind schon vorbei. Mann, die haben mich doch platt gefahren, ey. Kannst du mich mal holen? Miri! Ja, halt, ich versuch's. Na, schaffst du nicht. Hol mich doch, damit wir ein Auto nehmen können. Vielen Dank. Okay. Mann, so ne Scheiße. Dann nehmen wir den Wagen hier. Bauer ab, ich fahr. Ja, komm, rein da. Fahr. Ja, das ist die Basis. Nicht, dass du vor der Basis anfängst zu schießen. Alter! Ich geh mal zurück ins Fahrzeug. Ja, bleib mal im Fahrzeug. Hier waren wir übrigens schon. Das kann sein. Jetzt müssen wir aber langsam die Sache hier beenden. Die sind hier hochgefahren. Hier hoch. Hm. Ich glaube, ich hätte besser fahren sollen. Warum? Läuft doch ganz gut bis jetzt. Ja, seh ich. Warte, ich geh jetzt raus aus dem Dings und hol mir den Ersten. Warum kann ich nicht zielen? Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann es anders machen. Schub die einfach weg. Ich kann nicht schießen. Anderes Gewehr. Äh, andere Pistole. Pistole auswählen. Nicht das Gewehr. Oh nein. Warte, warte, warte. Ja, kann ich ja nicht. Du bist ja fischig. Fahr. Jetzt kann ich... Warte mal. Pistole auswählen. Nein, keine Pistole. Jetzt geht. Wie soll ich das machen? Warte, warte, warte. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Ach man, ey. Ja, ich hab doch nichts gemacht. Scheiße, hast du denn immer. So wie du fährst, kann ich nicht zielen. Tut mir leid. Das wird so nix. Ja, müssen wir das... ...anders beenden. Jetzt nur noch den, komm. Der Fahrer macht eh nix. Oh nein. Nein! Nein! Ja, warum wohl? Weil wir einen Platten haben. sie ich habe ja gebremst aber das ging nicht weil wir im platten haben egal wir sind ja noch wie sie noch im rennen er fährt da unten irgendwo lang oder der kommt hier runter wahrscheinlich der kommt hier und haben wir verfahren nicht mehr aussteigen aussteigen wir explodieren nächstes auto der kommt uns hier gleich entgegen er kommt hier unter ziele lass mich fahren der ist auch kaputt los einsteigen wo denn danke ach man der schmeißt sich aber auch wirklich vor alles immer leute ja leute ihr seht wie gut wir sind ja fahren sie sind ja natürlich was oder schnellste auto gegeben und nimmt nicht ein scharfschützengewehr weil damit triffst du nix ich stelle mich gleich quer vor dem der steht ja erledigt nachschub ja freunde auf den letzten minuten haben wir es dann doch noch geschafft also wie gesagt wir sind was das angeht nicht die besten wir haben wir tun uns ein bisschen schwer aber wir haben auch noch wir sind noch ganz am anfang wir müssen erstmal wir werden wahrscheinlich immer so machen weil wir haben das nicht so drauf das ist aber das ist auch gar nicht unsere art stecken sie mal ihre waffe weg die kriegen ja alle angst ach stopp ich muss noch ein Volk machen von dem brennen im wagen ja sicher bleiben sie mal so stehen gehe ich mal ein stückel zurück ein Chaos im Chaos oder Laos da warten sie und jetzt aufpassen Foto Foto gemacht Chaos im Laos wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss tschüss